Musik Ja, Play Hamburg 12 ist eigentlich der Abschluss von einem Schuljahr des Projektes Generation Ed, was wir im Rahmen unserer medienpädagogischen Tätigkeiten in verschiedenen Hamburger Schulen gemacht haben. Generation Ed ist ein Projekt, das von TIP24 und der Bürgerstiftung finanziert und initiiert wird, wo es darum geht, Kindern, Jugendlichen auch aus bildungsbenachteiligten Milieus zu helfen, über die Medienarbeit schulische Leistungen zu verbessern, sich mit einem Thema intensiv zu befassen, mit dem sie sich gut auskennen. Und es sind, weiß ich nicht, fast 250, 300 Schüler in diesem einen Jahr durch die Workshops gelaufen, kann man ja sagen. Und heute ist der Abschlusstag, wo nochmal Sachen präsentiert werden, die in diesen Workshops entstanden sind. Musik Ich finde, das ist ein großartiges Event. Ich finde das toll, dass es hier einfach so schön locker aufgeteilt ist, dass es hier mehrere Playstationen gibt. Unter anderem stehen wir auch gerade vor einer. Zwischendurch gibt es lockere Vorträge von Praktika und aus der Online-Welt. Ich hoffe, dass die Kinder hier ganz viel mitnehmen. Was wir auch wirklich anstreben, ist, dass die Kinder einen differenzierten Umgang mit den Medien quasi lernen. Und wir wollen das Projekt weiterhin ausbauen. Wir überlegen auch, ob wir mehrere Workshops anbieten wollen, die thematisch vielleicht auch noch darüber hinausgehen, dass wir uns mit anderen Medien auch beschäftigen. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich hatte mehrere Workshops, zum einen den Machinima-Workshop, als auch den Kolo-Spiele-Entwicklungs-Workshop. Und die Schüler waren unglaublich fasziniert. Über den gesamten Workshop-Zeitraum hinweg haben die praktisch pausenlos kreativ gearbeitet. Gerade Machinimas sind da natürlich ein sehr gutes Tool da drin, weil man muss, um da kreativ zu werden, jetzt nicht irgendwie selbst in dem Spiel erfinden. Man muss nicht da drin coden, sondern kann es halt so ausnutzen, wie es ist. Filmt ab, was es einfach gibt und baut daraus seine eigene Geschichte. Und diese Nutzung zeigt halt einfach, wie schnell man da drin landen kann, indem sie damit einfach anfangen, kreativ zu werden. Wir arbeiten da ja mit Microsofts Kodo, was eine sehr leichte Entwicklungsumgebung ist, wo man halt schon Objekte vorgegeben hat und die kann man über so ein Baustein-System programmieren und haben halt zwei Spielerspiele entwickelt. Und die waren nicht nur sehr schnell da, sondern die waren auch tatsächlich spielbar nach der kurzen Zeit und haben nicht nur den Leuten Spaß gemacht, die sie entwickelt haben, sondern auch den Leuten, die sie dann später spielen. Ich finde es super spannend, dass Berufsbilder vorgestellt werden. Ich finde es super spannend, dass ein relativ breites Spektrum dargestellt wird. Was läuft an der Uni, was macht man da? Und dass die Schüler da auch schon Hinweise bekommen, was sie erwarten könnte, wenn sie in dieses Berufsfeld gehen. Als drittes gibt es noch das Environment-Design, Umgebungs-Design. Und da zeichnen wir halt Umgebungen. Das ist von Lilo & Stitch, genau. Also wir machen das natürlich nicht nur im Spielebereich, sondern es gibt natürlich auch für Film. Also ich habe heute einen Vortrag bei Creative Gaming über Konzeptart gehalten. Und ich hoffe, ich habe den Jugendlichen ein bisschen übermitteln können, was man in diesem Bereich macht. Also Charakter-Design, Environment-Design, Vehicle-Design, dass die ein bisschen eine Vorstellung haben. Das ist halt, dass die Ideen, die Welt eigentlich auf dem Papier am Anfang entsteht. Und ich hoffe, dass es dort angekommen ist. Also ich war sehr erfreut, dass halt schon ein Junge mit 15 sich schon damit wirklich befasst. Und das fand ich super, dass der sich schon total auskannte und sich auch mit Konzeptart beschäftigt. Und der hat sich halt voll dafür interessiert. Und seine Lehrerin hat mich gleich gefragt, ob ich da nicht schauen könnte, ob er bei uns ein Praktikum machen könnte. Einige erkennt euch unten links, ist auch die Glunser-Katze aus dem Wunderland. Und das war so die Stimmung, die ich ungefähr habe. So, dass du halt irgendwie durch den Wald läufst und plötzlich findest du so ein mysteriöses Reich. Also ich bin heute hier, weil ich einfach gerne Leuten zeigen möchte, was macht ein Game-Designer, wie kommt man zum Game-Design und wie sieht so der Alltag aus. Wichtig ist, dass man sich offen mit Medien auseinandersetzt und halt neugierig ist, was man damit eigentlich vermitteln kann und dass man keine Angst davor hat. Ich bin eigentlich ziemlich spontan hier so, habe gedacht, ich schaue einfach mal vorbei. Und ja, ich habe mir den einen Vortrag jetzt gerade angehört von dem Mitarbeiter von Bigpoint. Ich fand das super interessant. Habe dann zwischenzeitlich einfach die Spiele mal gespielt. Ich bin halt schon ziemlich begeistert, einfach was hier so möglich ist und was man hier für Sachen kombiniert, Spiele und Musik. Ich habe Spiele rausgesucht, die insofern mit Creative Gaming zu tun haben, weil sie die betretenen Pfade von Game-Design verlassen und halt was Neues probieren. Das ist Croteos, der Gewinner von Adkey und David Kanaga, der aus Südengland und Kalifornien kommt. Und dann haben wir noch Ib und Ob, ein sehr lustiger Multiplayer, der aus den Niederlanden kommt. Und dann haben wir noch BeatBuddy, ein Musik-Adventure-Spiel aus Hamburg. Die Leute, die die Spiele gespielt haben, waren halt meistens relativ begeistert, standen davor und dachten erst so, mhm. Und dann, sobald man irgendwie mal angefangen hat, ist halt so, oh, das ist ja lustig, das macht noch viel mehr Spaß, als ich das irgendwie erwartet hätte, weil das so ganz anders funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man sich Button anguckt, wo jeder Spieler einen Button hat und den relativ schnell auf sehr engen Raum dann irgendwie mal drücken muss, mit merkwürdigen Regeln, die halt vor allen Dingen ein Miteinander der Spieler erfordern, also das ist halt ein richtig physikalisches Miteinander. Dann verlagert sich das Spiel halt wirklich weg von dem Bildschirm irgendwie so davor, die Tastatur und da einfach nur Leute zu sehen, wie sie am Anfang so skeptisch sind und dann plötzlich miteinander rumrangeln, ist halt großartig und ist genau das, glaube ich, was wir auch mal ausdrücken wollen und hier zeigen wollen, dass Spiele halt sehr anders sein können, als nur so einfach nur so für sich zu spielen. Ich habe dieses Back to Bad gespielt, das fand ich sehr niedlich, surrealistisch, so an Salvador Dali erinnernd und ja, auch ein bisschen knifflig, also ich habe mich da am Anfang etwas schwer getan, wo ich was hinsetzen muss, damit der dann in sein Bett kommt. Ich finde es immer schön, neue Spiele kennenzulernen und auch sie wirklich selber zu spielen, um einfach mitreden zu können und auch zu sagen, es sind nicht alles schlimme Spiele, sondern es macht auch einfach Spaß und die Grafik ist schön, der Sound ist schön. Man muss es einfach wirklich mal wagen. Das ist so auch mein Grund, warum ich hier bin. Ich finde ganz wichtig, dass Schüler auf einer ganz anderen Ebene abgeholt werden, als es in der Schule eigentlich möglich ist, weil kaum Lehrer existieren, die diese Ausbildung haben und dass Schüler einfach in der Wirklichkeit, in der Realität ja viel mehr sich mit Spielen beschäftigen, als es in der Schule möglich ist. Was ich schön finde, ist so an den Workshops sozusagen, dass die im Team wirklich auch Spaß haben, da die Texte aufzunehmen, sich selbst zu hören oder diese Filme zu schneiden. Ja, diese Gruppenarbeit, diese Teamarbeit ist einfach toll und die Fröhlichkeit dann auch toll. Ja, also wir vertonen Filme, den wir letztes Jahr gemacht haben und ja, genau, da filmen wir jetzt Ton und Zu. Also es geht halt darum, dass so ein Ehepaar redet und dann springt halt einer am Pool und der ertrinkt dann und dann gibt es da so einen sozusagen drum und dann wird der begraben und sowas. Clayton! Schon wieder ein Toter. Ich weiß nicht, ob du auf der Liste stehst. Ja, vor allen Dingen würde ich ganz gerne transportieren wollen, dass man Spiele nicht mehr wahrnimmt als so diese Blackbox, die irgendwie so da sitzt und man probiert damit irgendwas zu machen, sondern das halt wirklich als Medium begreift, was man verändern kann. Vielen Dank.